The Swiss Open im SSF. Die Schweiz wird zur Tanzbühne für die internationale Elite. In Regensdorf treffen sich die besten Paare zu den Swiss Open 2012 und tanzen in Standard und Latin um den Sieg. Tanzen auf Spitzenniveau. Lassen auch Sie sich von der Anmut und Eleganz der Tänzerinnen und Tänzer verzaubern. The Swiss Open am Sonntag 7. Oktober um 20 Uhr im Schweizer Sportfernsehen. The Swiss Open wird präsentiert von Sportklinik, danesneakers.com und Sehblickgarage. Die Schweiz wird präsentiert von Sportklinik, dannesneakers.com und Sehblickgarage. Die Schweiz wird präsentiert von Sportklinik, dannesneakers.com und Sehblickgarage.